Rapunzel, Rapunzel, lasse dein Haar herunter. Okay, welches? Wie welches? Na ja, Bauch, Beine, Po. Ich bin seit 18 Jahren hier. Also sind das die einzigen drei Optionen? Ich meine, hast du nicht eine Sache vergessen? Uh, da will wohl jemand überrascht werden. Was? Eine Sekunde. Na los, komm rauf, mein Prinzchen. Aber erwarte nicht, dass ich geduscht bin. Der Wasserdruck hier oben ist ziemlich dürftig. Okay, also bevor ich das anfasse, könnte ich noch kurz wissen, was genau ist. Ich warte. Na schön, aber ich bin nicht leicht. Ich hoffe, du hast einen starken Nacken. Hä, warum? Eine Haarbürste. Na dann ist alles klar. Oh, bringt die mit. Ich habe nur eine Bürste für alles und das ist dauernd verknotet. Ja, na schön, ich komme. Du bist wunderschön. So, Rapunzel, der Fahrstuhl funktioniert wieder. Danke. Guck mal, meine Frisur. Ew, Poha-Freak.